dann ist es echt schlimm wenn da keine ressourcen mehr nachkommen update oder so keine ahnung dann ist es ein fail aber ja die grundsätzlichen spielmechaniken gefallen mir so ist es nicht aber der wusel faktor von früher der bleibt einfach aus das ist irgendwie schade ja ja geh mal dahin ich kann so gut wie alles Ja dann, hier kommt dann das Ding hier hin, oh, dies braucht Landen. Oh, ich bobeli-bops. Das ist ja lustig, wir brauchen eigentlich Landen hier, die Holzladen. Ach, die Bretter heißen es ja hier, aber die kriegen wir nicht, wenn wir das hier investieren und die kriegen wir nicht, wenn wir hier investieren und das ist ein Teufelskreis, ein Teufelskreis. Naja, ich will mich hier weiter überlegen, ob ich das Spiel hier überhaupt weiter spielen möchte. Wenn etwas zu erledigen ist, kümmere ich mich drum. Es gibt nichts, was ich nicht tragen kann. Irgendwie schlimm, ne? Neu spielst du für viel Geld gekauft hast? Für, ja, es ist Geld. Was vieles ist jetzt die Frage, kommt immer aufs Budget drauf an, aber es ist Geld. Was gibt's? Jo, hier nichts mehr, ne? Hm. Da oben ist Bergbaugebiet, finde ich gut. Ob wir jemals unsere Vorfahren finden? Oh, diese Vorfahren-Geschichte, was ist los mit den Leuten? Entschuldigung. Nein! Ich wollte den hier wegreißen, nicht das da unten. So. Das ist mein leichtester Auftrag heute. Das ist gar nicht schwer. Ach so, die haben keinen... Ja, okay, gut. Nur noch eine Lieferung. Nur noch eine Lieferung. Dieses Spiel wird einem dazu zwingen, man will. Hier, Bäume wegratzen, ne? Also, beziehungsweise, man will die Straßen wegnehmen und macht nach die Forsthütten weg. Warum? 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 Das ist gar nicht so schwer. Eigentlich schlimm. Jetzt haben wir vier, ne? Da holt der vierte ab hier. Oh, das ist schon der... Ich bin zu drei wie der Wind. Zählt das schon dazu, obwohl ihr das Ding noch nicht abgeholt habt? Nur noch eine Lieferung. Ja, das zählt schon dazu. Ich liebe diese Lieferung. Keine Banditen in Sicht. So. Ein guter Tag. Oh. So lang ist es. Hm. Achso, weil wir keine bauen dürfen. Da oben. Oh. Irgendwann bauen wir noch ein zweites hin. Aber... Ich habe so das Gefühl, es wird doch nicht mehr hinkommen. Aber... Ich weiß nicht, wo mein Gefühl dahintreibt, weil das Spiel ist eigentlich super, aber... Es nimmt ein bisschen die Lust am Ganzen. Ich weiß nicht. Der Wuselfaktor, ne? Und auch das gerade vorhin mit dem, ja... Zerstören. Da war ich... War ich selbst das Problem, aber... Warum? Warum gibt es hier nicht mehr zu tun? Wir haben es jetzt einmal gemacht und irgendwie... Naja. Es ist immer das Gleiche. Es ist bitter. Es ist bitter, aber wahr. Klar, es ist immer das Gleiche, wenn man nur... 1, 2, 3, 4, 5... Wollen wir... 3, 5... Und hier wahrscheinlich. 7 mal... 1, 2, 3, 4... Sag mal 7 mal 5. 35 verschiedene Gebäude. Wenn es gut kommt. Also 33, wenn man die Wege wegzählt. Wir haben ein Gebiet entdeckt. Leicht wie eine Feder. Ich weiß nicht. Ich bin... Zwiegespalten. Ich bin... Zwiegespalten. Ich bin... Zwiegespalten. Und das... Naja. Schauen wir mal, wie es sich so entwickelt, ne? Ist der eine... Ich mach mal Pause hier. Eine Woche, zwei vielleicht, ne? Vom Spiel. Und schauen wir dann wieder weiter. Ob ich wieder Bock habe, das Spiel zu spielen. Aber aktuell ist es... Irgendwie ganz schlimm bei mir. Mein Hust ist immer noch da, aber... Ihr wisst, was ich meine mit schlimm. Dieser Wuselfaktor, das ist einfach... Wo ist er? Wollte ich nochmal abholen? Hier ist nirgends vorhanden. Naja. Das war's von der Seite aus. Wir sollen es eventuell bei einem nächsten... Part des Spiels... Ich weiß noch nicht so genau. Fragen Sie mich bitte in ein bis zwei Wochen wieder. Danke sehr fürs Zuschauen. Das war's. Und wir sehen uns. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Die Siedler Neue Allianzen. Ja, ich habe in der letzten Folge, wir sind in der Episode, wir sind in der Session... Habt ihr den Geldemeister gesehen? Bisschen schwer getan, das Spiel weiter zu spielen. Aber... Irgendwie... Macht's ja doch... Spass, ne? Also... Es ist ein bisschen doof, das Ganze. Von uns ist die Information... Ja, Husten ist immer noch da. Und ja, wir haben unsere große Siedlung verloren. Äh, vom letzten Ding. Also vom letzten... Partier von der letzten Session. Letzten Game. Ja... Weil wir heute auf einer neuen Insel sind, ne? Gleichzeitig haben wir hier... Wieder Steine. Wir haben vier Forsthütten, ne? Ein... Und ein Sägeberg. Das Lustige daran ist... Äh, keine Ahnung, was daran lustig sein soll. Nein, ähm... Wir können das hier... Ihnen sagen wir nichts dazu. Warum dürfen wir das hier bauen? Okay, ist wahrscheinlich... Was? Wählen wir nicht, oder? Okay... Das heißt, wir müssen... Ähm... Eigentlich einen Schmied oder sowas bauen. Also... Ärzte, ne? Aber Ärzte kriegen wir erst... Hier... So, Junge... Oder der Hammer, bitte sehr... Du holst hier das Ding mal ab. Dann schauen wir weiter... Wo wir das alles... Äh, erforschen. So... Das Lager ist voll. Ho... Oh... Oh... Naja, holt niemand ab, ne? Doof... Äh... Badu, 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 badu... ... Ich liebe diese Lieferung. ach wir haben kein holz ok naja ist doof dass wir kein holz haben aber immerhin so ok er findet hier immer der gleiche nämlich eisen aber kohle brauche noch lassen wenn man am arsch ohne kohle geht nix aber vielleicht finden wir noch so oder die haben ja kein weg das ist doof ein sägewerk braucht fünf pretter bis auf dem weg ist auf dem weg sechs stück der muss ja nur buddeln ich glaube und rennt weg gerade an die arbeit und rennt weg das ist doch immer ganz schön wir haben ja kein holzweller mehr oder wir müssen gerade auf wir müssen in der nächsten Untertitelung des ZDF, 2020